Das erste Meeting, das wir hier hatten, ob wir mitmachen wollen oder nicht. Zum Glück haben wir uns positiv geführt an, dass wir es machen können. Es war sehr einfach. Am Anfang hatten wir alle Angst. Jetzt kommt der noch, jetzt kommt die Saison in so eine Zeit. Aber ein nächster Spieler ist mit den Mitarbeitern mitgemacht, um zu erklären, was das geht. Ist das eine Zeit für zwei Tage? Ist das gehofft? Wir haben einfach ein wenig kontrolliert. Jeden Tag, dass sie das machen, was man von der Zeit hat. Aber es ist ganz einfach. Das muss ich sagen. Ich habe dann einen Tag mitgekommen. Ich kippe dann am Morgen, am Mittag und am Abend. Aber die Daten sind automatisch nicht. Aber es war perfekt. Was das Gute war, das hat das ganze Team, zum Beispiel die Spüler, die nur Teller abwaschen, mit meinen Spülern und mit unserem Buch jetzt ein bisschen zusammengeschweißt. Ich rede jetzt viel mehr. Schaut uns voneinander. Das war früher immer nicht so. Das Team-Building ist auch da. Das war sehr positiv. Das Fazit, was ich daraus gezogen habe, ist, die vier Wochen, dass man wahnsinnig prozentual, nicht prozentual irgendwie weiter zu schauen, dass der Weiss dahin kommt. Von Kilomässig vielleicht nicht, aber dass man es anders verteilt. Wie ich erwähnt habe. Ich habe seit drei Jahren, drei in fünf Jahren Prozesse, um zu überlegen, was wir eigentlich mit den Stationen machen wollen. Wenn wir so bleiben, sich zu verändern. In meinen Augen muss man ändern. Wir müssen jünger werden. Das ist ein so guter Ansporn, ein gutes Feedback, das man bekommen hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich in vier Wochen so viel Zeit habe. Ich weiss, was ich das ganze Jahr vorgelebt habe. Aber in vier Wochen, 14 Tage ruhig war, 14 Tage streng war. In vier Wochen ist es gut. Da kann ich ein Bild ausnehmen, wie ich vorhin gesagt habe, dass ich die Chance nütze, die Karten, die wir jetzt machen, aber im Sommer, dass man wirklich auf das ein wenig mehr schaut. Die Türen Karten stellen, die Türen Karten, die Gerichte gleich gehalten, aber im Umservice ein bisschen umändern, aber mit den gleichen Produkten brauchen. Dass man da mehr spielen möchte. dann denke ich, dass der Türen Karten, die wir hier sollen noch ein bisschen machen. Die Türen Karten nimmt darauf, Die Türen machen. Die Türen machen, die man da nicht mit dem Karten, die wir quaren, die Türen machen oder wir den Karten. Vielen Dank.